Sie hat noch kein offizielles Programm. Ihre Mitgliederzahl ist überschaubar. Zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das Video aufnehme, gibt es keine fertige Homepage. Und nicht nur das, eigentlich ist sie auch noch gar keine Partei, sondern nur eine politische Vereinigung. Und trotzdem sorgt sie schon für jede Menge Aufregung. Der Vorwurf ist, sie wäre der verlängerte Arm der türkischen Regierungspartei AKP und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Es geht um die DAFA. Kurz für demokratische Allianz, für Vielfalt und Aufbruch. Eine politische Gruppierung, die dieses Jahr bei der Europawahl antreten möchte und im kommenden Jahr auch bei der Bundestagswahl in Deutschland. Und die selbstbewusst sagt, man habe rund 5 Mio. potenzielle Wähler. Versucht Erdogan über die DAFA die Politik in Deutschland und in Europa mitzubestimmen? Was ist dran an den Vorwürfen der engen Verbindungen? Und was will die DAFA eigentlich genau? Darum geht es in diesem Video. Wenn vor 20 Jahren jemand etwas Wichtiges bekannt geben wollte, dann hat er oder sie das ganz klassisch gemacht. Einen Raum gemietet, Journalisten eingeladen und eine Pressekonferenz veranstaltet. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Wenn man etwas zu sagen hat, dann wartet man oft nicht mehr darauf, dass sich andere dafür interessieren und zu einem kommen, sondern man nutzt einfach das Internet. Zum Beispiel für die Verkündung des Staats einer politischen Vereinigung. Genauso hat es jetzt Taifig Özcan gemacht. Statt Pressekonferenz mit Kaffee und Kuchen gab es bei ihm nur einen Post bei Facebook, abgesetzt am 16. Januar 2024. Darin heißt es ... Die politische Landschaft in Deutschland erhält Zuwachs durch die Gründung der DAFA, Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Sie präsentiert sich als neue politische Heimat für viele Bürger, die von den etablierten Parteien nicht repräsentiert werden. Und ganz interessant dabei ist, sonderlich viel Reichweite hat der Post gar nicht. Anfang Februar kommt er auf knapp 160 Likes, 35 Shares und 40 Kommentare. Trotzdem war dieser Beitrag bei Facebook der Beginn einer umfangreichen Berichterstattung in den Medien. Der Grund? Das, was da in dem Post angekündigt wird, ist politisch brisant. In den Medien war schnell die Rede von einer geplanten Partei des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Die Befürchtung ist, mit Hilfe der DAFA wolle Erdogan Einfluss auf türkischstämmige Menschen nehmen. Er wolle sie vom deutschen Staat abkoppeln und Stimmung gegen die Bundesrepublik machen. Damit sollten türkische Interessen durchgesetzt werden. Und weil die bisher bekannten Vertreter der DAFA ziemlich prominent sind, wurden diese Befürchtungen auch ernst genommen. Unter anderem von der Politik, mit den entsprechenden Wortmeldungen. Wir müssen auch da als Rechtsstaat ganz genau hinschauen, sagt zum Beispiel der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Cem Özdemir von der Partei Die Grünen schreibt bei X, Zitat, ein Erdogan-Ableger sei das Letzte, was wir brauchen. Und auch Politiker aus der Union äußern sich besorgt. Das alles zurecht? Schauen wir uns das mal etwas genauer an und starten mit der ersten Frage. Was genau ist die DAFA? DAFA, das steht, ich habe es vorhin schon mal kurz genannt, für demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Das ist die Abkürzung. Und auf Türkisch bedeutet diese Abkürzung DAFA so viel wie Mission oder Sache. Nicht ganz zufällig ist dabei aber auch die Ähnlichkeit zu dem arabischen Begriff Daba, dem Islam vor allem für Missionierung steht. Ruf zum Islam ist zum Beispiel eine Bedeutung. Nicht-Muslime sollen demnach für den Islam gewonnen werden. Und diese Vieldeutigkeit sei beabsichtigt gewesen, sagt der Gründer und Vorsitzende Taifik Ödjan laut der Nachrichtenagentur dpa. Im Sinne eines erfolgreichen Politik-Marketings habe man auf Aufmerksamkeit gehofft. Und das habe ja letztendlich auch geklappt. Was die DAFA inhaltlich will, das lässt sich ziemlich gut eingrenzen. Denn bisher gibt es außer Facebook-Posts und öffentlichen Äußerungen von Mitgliedern kein größeres Programm. Das Ziel von DAFA heißt es bei Taifik Ödjan, Zitat, Ungleichbehandlung und gesamtgesellschaftliche Schieflagen als solche zu benennen und dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen mit ausländischen Wurzeln ihre Rechte in vollem Umfang zugesprochen bekommen. Außerdem möchte DAFA Kinder- und Altersarmut bekämpfen, eine wörtlich ideologiefreie Flüchtlingspolitik und, so heißt es weiter, als starke Stimme für diejenigen auftreten, denen Mitbestimmung bislang weitgehend verwehrt blieb und die politisch nicht vertreten werden. Wenn mit dieser Beschreibung ganz konkret gemeint ist, das steht nicht in der Mitteilung, aber auch dazu hat sich Taifik Ödjan schon geäußert, nämlich in einem schriftlichen Interview, das er ebenfalls bei Facebook gepostet hat. Darin sagt er, seit Jahrzehnten haben Menschen mit ausländischen Wurzeln in demokratischen Parteien einen Platz gesucht und wurden stattdessen ausgegrenzt, daran gehindert oder es wurden ihnen Steine in den Weg gelegt. Das ist ein Ergebnis der jahrzehntelangen falschen Politik. Das wollen wir nun schlussendlich ändern. Die Grundaussage ist, Menschen mit Migrationshintergrund hätten es in der Politik in Deutschland schwer, wahrgenommen zu werden. Ödjan war selbst nach eigener Aussage mehr als 30 Jahre lang Mitglied bei der SPD. Die DAFA wolle etwas wie eine Interessenvertretung für diese Menschen sein. Ansprechen möchte die DAFA alle Minderheiten in Deutschland. Der Fokus dürfte aber auf Muslimen liegen. Sie bilden in diesem Bereich die größte Gruppe. Zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Menschen muslimischen Glaubens leben nach Zahlen des zuständigen Bundesministeriums momentan in Deutschland. Ganz genau lässt sich das nicht ermitteln. Mehr dazu erfahrt ihr unten in der Infobox. Taifig Ödjan geht deshalb auch von einem hohen Wählerpotenzial aus. Bis zu 5 Millionen Menschen, sagt er, könnten die DAFA wählen. Und dabei hat er große Pläne. Aktuell ist die DAFA noch eine politische Vereinigung. Aber so schnell wie möglich soll daraus eine offizielle Partei werden, die dann auch bei Wahlen antreten kann. Die erste Wahl soll die Europawahl sein. Da könnte die DAFA auch antreten, wenn sie noch keine Partei ist. Aber wenn sie eine Partei ist, dann sind einige Dinge einfacher. Und damit das gelingen kann mit dem Antreten, braucht die DAFA zunächst 4000 Unterschriften von Wahlberechtigten. So würde sie es mit einer Liste für alle Bundesländer zur Europawahl schaffen. Und weil es bei der Europawahl keine Sperrklauseln gibt, würden der DAFA 0,5 Prozent aller Stimmen in Deutschland reichen, um einen Abgeordneten ins EU-Parlament zu schicken. Ein realistisches Ziel, sagt die DAFA. Man habe dafür laut eigener Beschreibung hochkarätige Kandidaten, die allesamt ein hervorragendes Renommee genießen würden. Okay, aber wer genau engagiert sich denn in der DAFA? Bisher bekannt sind vor allem die Leute, die in den offiziellen Mitteilungen von DAFA genannt werden. Und dabei, neben dem Vorsitzenden, den ich schon genannt habe, nämlich Taifig Öcan, treten vor allem die Kandidaten auf den ersten drei Listenplätzen zur Europawahl immer wieder auf. Nämlich Fatih Singhal, Ali Isan Ünlü und Mustafa Yoldaş. Was weiß man über diese Männer? Zunächst mal, alle vier, also inklusive Öcan, haben einen Bezug zur Türkei. Zum einen über ihre eigene Migrationsgeschichte, zum anderen teilweise aber auch über ihre bisherigen Tätigkeiten. Nehmen wir zum Beispiel den Spitzenkandidaten Fatih Singhal. Ein Rechtsanwalt aus NRW, der viele Jahre für die SPD aktiv gewesen ist. Unter anderem auch im Zuwanderer- und Integrationsrat der Stadt Solingen. Und deutschlandweit bekannt wurde er durch Auftritte in verschiedenen Talkshows. Aber auch durch ein ganz anderes Engagement. Bis zuletzt war Singhal Sprecher der Union Internationaler Demokraten, abgekürzt UID. Das ist eine Organisation, zu der das Bundesamt für Verfassungsschutz 2017 geschrieben hat. In ihrer Vereinssatzung stellt sie sich als Nichtregierungsorganisation dar. Tatsächlich ist sie jedoch keinesfalls eine unabhängige Interessenvertretung türkischer Migranten, sondern eine regierungsnahe Vorfeldorganisation der AKP, die im Sinne ihrer Mutterorganisation auf politischer und gesellschaftlicher Ebene Lobbyismus für Interessen der AKP betreibt. Und im Bericht für das Jahr 2022 wird ergänzt, ihre Verbindungen zur Türkei stellt sie durch 2022 vermehrt stattfindende Treffen mit AKP-Funktionären und türkischen Regierungsmitgliedern öffentlich zur Schau. Die Schlussfolgerung daraus ist, die Organisation sei ein Instrument des türkischen Präsidenten und der AKP, um türkische Interessen in Deutschland durchzusetzen. Seit 2018 beobachten einige Landesämter und das Bundesamt für Verfassungsschutz die Organisation deshalb. Fatih Singhal selbst ist in der Vergangenheit immer wieder als Unterstützer von Präsident Erdogan aufgetreten. Ein Foto, das er 2021 bei Facebook gepostet hat, zeigt ihn hier zum Beispiel zusammen mit Erdogan. Und dazu schreibt er, Unser geschätzter Präsident Recep Tayyip Erdogan empfing uns im Dolmabadze-Palast. Wir danken ihnen. Eine Nähe zwischen Singhal und Recep Tayyip Erdogan und der AKP lassen sich nicht nur wegen dieses Fotos nicht leugnen. Oder der zweite auf der Liste, Ali Insan Ündü. Von Beruf Arzt und nebenbei viele Jahre lang in führender Funktion für den Verband DITIB aktiv gewesen. DITIB ist einer der wichtigsten islamischen Verbände in Deutschland. Rund 900 Moscheen werden von ihm betrieben. Lange Jahre war DITIB ein enger Partner der Politik und dessen Funktionäre hoch angesehen. Ali Ündü zum Beispiel hat 2014 als Brückenbauer das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Inzwischen ist das Verhältnis aber deutlich abgekühlt. Zum einen, weil der Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren immer wieder Verbindungen zwischen DITIB und den rechtsextremen türkischen Grauen Wölfen festgestellt hat. Zum anderen, weil bekannt geworden ist, wie eng das Zusammenspiel zwischen DITIB und der türkischen Regierung tatsächlich ist. Dazu gehört zum Beispiel, dass der türkische Staat über viele Jahre lang Theologen aus der Türkei über DITIB nach Deutschland geschickt hat. Die Theologen waren dort als türkische Staatsbedienstete im Einsatz. Auch in anderen Bereichen gibt es finanzielle und strukturelle Abhängigkeiten bei DITIB gegenüber dem türkischen Staat. Und nicht nur das, laut Medienberichten soll DITIB bei der türkischen Präsidentschaftswahl 2023 überall im Land Wähler für Erdogan mobilisiert und mit Bussen zu Wahllokalen gefahren haben. Der Journalist Eren Güvercin, der viel zu diesem Thema recherchiert hat, bezeichnet DITIB deshalb als Sprachrohr Erdogans. Das hat sich natürlich rumgesprochen. Genau deshalb wurden inzwischen einige Vereinbarungen zwischen Politik und der DITIB aufgelöst. Und immerhin einiges davon hat DITIB zum Anlass genommen, Reformen anzustoßen. Aber die engen Verbindungen zur AKP, die gibt es weiterhin. Verbindungen, die deshalb auch der Vereinigung nachgesagt werden, für die Singhal und Ünli aktiv sind. Nämlich der DAFA. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Michael Stübgen von der CDU, spricht von einem Ableger der AKP und fordert, dass die Sicherheitsbehörden sich die DAFA genau anschauen sollten. Ähnlich sieht es sein Parteikollege Christoph de Vries, der von einem neuen Machtinstrument des türkischen Präsidenten spricht. Und auch von den Grünen kommen kritische Töne. Der Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Max Lux unterstellt der DAFA, eine Lobby für Erdogan im Europäischen Parlament schaffen zu wollen. Und was sagt DAFA selbst dazu? Angesprochen auf die Vorwürfe, betont der Vorsitzende Taifig Özcan, dass man weder logistische noch finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten würde. Man sei unabhängig. Wörtlich sagt er, es ist uns wichtig, immer wieder zu betonen, dass die DAFA kein verlängerter Arm irgendeiner ausländischen Regierung ist. Er spricht Erdogan und die AKP nicht direkt an, aber klar ist natürlich, sie sind gemeint. Der Türkei-Experte Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkei-Studien in Essen sagt deshalb im Interview mit dem Mediendienst Migration, ob Erdogan die Gründung initiiert hat, darüber lässt sich spekulieren. Ich bezweifle das. Er genießt hier bereits hohe Popularität, ist medial und durch Organisationen wie die UID sehr präsent. Aber die Verbindung besteht natürlich dadurch, dass DAFA WählerInnen ansprechen wird, bei denen auch die AKP Anklang findet. Und andere Experten sagen mit Blick auf die Mitglieder von DAFA, einige der führenden Köpfe der Vereinigung stehen nachweislich der AKP nahe. Teilweise haben sie in der Vergangenheit auch schon direkt mit ihr zusammengearbeitet. Da sei es durchaus wahrscheinlich, dass die Interessen der AKP auch in der neuen Vereinigung gewahrt würden. Außerdem wäre zu beobachten, welche Rolle der politische Islam bei der DAFA noch spielen würde. Und davon abgesehen, selbst wenn Erdogan mit der Gründung gar nichts zu tun hatte, die DAFA wäre für ihn eine Chance, seinen Einfluss in Deutschland zu steigern. Allerdings da die Frage, wie groß sind die Erfolgsmöglichkeiten der DAFA? Was in dem Zusammenhang kaum bekannt ist, Recep Tayyip Erdogan hat tatsächlich schon mal eine Rolle bei politischen Vereinigungen in Deutschland gespielt. Zumindest indirekt. Zum einen bei der Allianz Deutscher Demokraten, die sogar schon mal mit Erdogan auf einem Plakat geworben hat. Und bei der Partei Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, der ebenfalls enge Verbindungen zur AKP und zu Erdogan nachgesagt werden. Allerdings in beiden Fällen sind die Erfolge bisher überschaubar. Abgesehen von einigen Mandaten auf lokaler Ebene haben beide Parteien bisher kaum auf sich aufmerksam machen können. Woran das liegt? Wahrscheinlich vor allem daran, dass beide Parteien in der türkischen Community in einem eher begrenzten Umfang vernetzt sind. Das ist bei DAFA anders. Deren Mitglieder sind, wie vorhin schon gesagt, deutschlandweit bekannt, zumindest teilweise. Das Potenzial ist viel größer. Und es geht über türkischstämmige Menschen hinaus. Zu den Mitgliedern von DAFA gehört nach einem Bericht der Zeitung Türkiye unter anderem auch Mohamed Ali Hosseini, Vorsitzender der islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands. Das ist ein Verband, der vom Islamischen Zentrum Hamburgs, kurz IZH, gegründet worden ist. Und dieses Zentrum wird wiederum vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Der Verfassungsschutz in Hamburg bezeichnet das IZH als, Zitat, Außenposten des Teheraner Regimes. Also als wichtige Anlaufstelle des Iran in Deutschland. Auch dem Verband von Hosseini werden deshalb entsprechende Verbindungen nachgesagt. Klar ist, DAFA versteht sich als Partei, die insbesondere die Muslime in Deutschland vertreten möchte. Das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet. Da ist das WDR-Potenzial auf den ersten Blick groß, wenn man sich die Zahlen anschaut, die ich auch schon mal kurz genannt habe. Allerdings, und das ist entscheidend, man darf eine Sache nicht vergessen. Natürlich sind nicht alle Muslime in Deutschland politisch komplett gleich eingestellt und wollen auch alle das Gleiche, wählen alle eine gleiche Partei. Weder die türkischstämmigen, noch Syrer, Afghanen oder andere. Dazu kommt, dass längst nicht alle die deutsche Staatsbürgerschaft haben und wählen dürfen. Daran könnte sich zwar durch eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts etwas ändern, die wurde angestoßen durch die Bundesregierung. Aber trotzdem müsste das nicht gleich einen Riesenerfolg für die DAFA bedeuten, weil sich das auch hier wieder diversifizieren, also verteilen könnte. Dafür, also um dauerhaft Erfolg zu haben, um großen Erfolg zu haben, müsste sich die Partei breiter aufstellen und Angebote für alle machen. Dazu noch einmal Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkei-Studien in Essen. Ich glaube kaum, dass sie für andere Gruppen interessant sein wird. Eine Möglichkeit wäre die Öffnung hin zu einer Vielfaltspartei, die sich wirklich für Antirassismus einsetzt. Dafür müsse sie sich aber zu sehr von ihrem konservativen und türkisch-nationalen Wählermilieu wegbewegen. Die andere Möglichkeit wäre, eine muslimisch-türkisch-arabische Protestpartei zu werden. Aber auch das halte ich für unwahrscheinlich. Dafür gibt es zu viele historische und kulturelle Hürden zwischen Menschen aus der Türkei und dem arabischen Raum. Gleichzeitig sagt Ulusoy aber auch, DAFA könnte in eine Art politisches Vakuum vorstoßen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund würden sich von den etablierten Parteien in Deutschland ausgeschlossen fühlen und auch nicht richtig gehört. Das könnte DAFA nutzen. Und was bedeutet das politisch? Ja, das ist jetzt, wo die Vereinigung noch ganz neu ist, natürlich schwierig zu sagen. Allerdings kann man schon mal festhalten, dass es der DAFA gelingt, so viele Wähler zu mobilisieren, dass sie einen oder zwei Abgeordnete ins EU-Parlament schicken kann, das ist nicht unrealistisch. Für einen Abgeordneten bräuchte sie ungefähr 200.000 Wählerstimmen, für zwei logischerweise 400.000. Das könnte letztendlich auch Erdogan für sich nutzen. Gleichzeitig ist es für die DAFA aber enorm schwierig, die Strukturen aufzubauen, in ganz Deutschland aktiv zu sein, zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2025. Und selbst wenn das gelingt, die 5-Prozent-Hürde ist enorm hoch. Trotzdem könnte die DAFA in einigen Regionen, in denen besonders viele türkischstämmige Menschen leben, zu einer einigermaßen relevanten Kraft werden. Dort werden die Sicherheitsbehörden vermutlich ganz genau hinschauen, auch und vor allem auf die führenden Köpfe. Ganz entscheidend wird außerdem sein, wie sich die DAFA programmatisch aufstellt. Ich hatte das eben schon mal kurz angerissen. Und vermutlich wird es dazu bald weitere Infos geben, mit einem ausführlicheren Programm. Was meint ihr denn? Könnte die DAFA politisch bald eine Rolle spielen, eine größere Rolle? Und wenn ja, wie sollte mit ihr umgegangen werden? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und bitte bleibt bei diesem Thema sachlich und fair. Danke schon mal dafür. Hier neben mir findet ihr außerdem noch ein etwas älteres Video über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Und darunter eins über eine andere Parteineugründung, nämlich die von der ehemaligen Politikerin von Die Linke, Sarah Wagenknecht. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.